Hallo und Willkommen! Hi! Ja, wir sind auch mal wieder da. Wir machen kleine Aufnahmen immer wieder, nach längerer Zeit. Oh, sehr langer Zeit. Voll ewig hier bei mir, ey. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal wirklich jetzt war. Auf jeden Fall hat sich einiges geändert. Inzwischen ist WoW im neuen Patch. Neue Modelle. Ja, alles geil. Ja, 6.03 haben wir. Dementsprechend, da hat sich noch einiges geändert. So einiges sagen wir mal so. Wir fangen mit Argalos an. In der Paradinenfestung. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir zum ersten Mal hier waren, dass wir da total versagt haben. Ja, aber er kann nichts mehr. Ja, das sehe ich. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein, wenn du das mal so sagst. Ne, das ist ein richtiger Freeloot-Pass geworden. Oh, den Typen getötet. Cool. Nichts für mich dabei. Nur was um mich. Hopp. So, wir laufen einmal rüber auf die andere Seite. Und dann kommen wir zu Okutar. Ja. Glaub ich. Äh, Okutar. Okutar, ja. Und dann kommt die Herren der Rassessor. Wie ist das denn? Achso. Ja, geht relativ fix. Gibt sogar ein bisschen Ruf noch für den Kill. Achso schon. Mann, immer diese dicken, fetten Eulen da. Ich bin ja gleich da. Sperre dich nicht. Wir dicken, fetten Eulen haben auch unsere Nachteile, weil wir zu dick und fett sind. Wenn du verstehst. Ja, wir töten ihn einfach, wenn fertig ist. Ja. Wie gesagt, die können inzwischen gar nichts mehr. Hier, Kommandar, Feuer. Wow. Ich glaube, ich würde eher durch seinen Mundgeruch sterben als durch sein Feuer. Ja. Das auf jeden Fall auch. Aber der kann noch weniger als der andere. Wow. Ich dachte, die werden immer von Mal zu Mal stärker. Hast du mal irgendwie erzählt. Ja, der ist eigentlich auch. Eigentlich. Ja, der ist immerhin von der 10. Season, nicht mehr von der 9. Aber... Ja, so ganz viel besser. Season 10, cool. Ja, das andere ist Season 9. Wie gesagt, ist zwar besser, aber... Da hört das dann auch schon wieder auf. Freiheit der Horde. Freiheit der Horde. Erlangt insignia oder Medaille der Horde. Ja. Achso, deswegen... Ach ja, okay. Versteht schon. Ja, ich muss hier gar nichts machen. Doch, doch. Okay. Das Ding ist dort. Wow. Ja. So. Das ist die einzige, bei der ich alleine noch mal irgendwie mal Probleme hatte. Aber... Die kann auch nichts. Können ja alle nichts mehr. Mach einfachen Damage. Mach schon einfachen Damage drauf. Dann sind wir gleich schon durch die Baradinenfestung durch. Super Ollchen. Auf Doom. Ja, ja, komm her. Wer jetzt quatschen kann die auch nicht. Ich bin dort. Ich sehe es. Jetzt nicht mehr. Ich bin dort. Mhm. Warum? Weil sie es kann. Ja, die ist nicht so stark. Die hat mich jetzt instant getötet. Ne, das waren zwei jetzt. Die hat mich jetzt getuhittet. Mhm. Der hat dich richtig getuhittet. Alter, was du nicht hassen tust ey, ne? Alter, jetzt hat sie mich schon wieder gefällt. Gefällt. Ne, gespießt. Du spießt. Du spießt. Toi, jetzt hab ich den Scheiß ab. Das stirbt er auch. Loool. Ne, doch nicht. Kommt noch. Jetzt stirbt er auch. Oh, er stirbt jetzt. Ich bin gefällt. Haha, aber ich lebe noch. Außer ihr... Außer sie killt mich natürlich im Fällen. Das ist auch nicht schlecht. Mhm. So, kostenlose Wiederbelebung. Scheiß, wenn nicht noch. Ja. Und jetzt machen wir das Ganze mal richtig und laufen einfach zusammen. He, jetzt kostet das Geld. Wiederbelebung in 5 Sekunden. Müssen wir jetzt warten? Ich weiß gerade, man hätte auch reinlaufen können, aber jetzt ist es egal. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich einfach zusammenstellen, dann wird der Schaden geteilt. Das klingt schon mal perfekt. Können wir da rein springen? Cool, man springt hier rein und dann ist man... Äh... Immer noch falsch. ...wann wieder unten. Das neue Mount. Brumm. Da hinten ist er. Ich finde den Lenker so cool. Haha, sieht aus wie so zwei Äxte. Meine Maus spinnt gerade irgendwie. Hopp. Ja. Mein ja nicht. Wo ist denn du jetzt? Ich bin schon wieder drinnen. Ich bin schon wieder nach drinnen. Du musst noch ein bisschen weiter rechts runter. Beim B. Ja, auf meine... Ich kann gerade auf meine Karte nicht gehen. Weil ich sofort rausgescrollt werde, weißt du? Und ich sehe mich auf der Karte auch nicht. Oh, was ist denn das Scheiße jetzt hier? Jaaa. Ich fred mir kurz die Aufnahme ab. Willst du besiegen? Ja, wir kuscheln jetzt einfach, um den zu killen. Oh. Sehr süß. Teilt sich der Schaden nämlich auf beide auf. Jaaa. Okay, auf geht's. Jaaa, kauf den Keks. Ha, Keks. Aber vergiss nicht, dich auch zu heilen. Geht schlecht, wenn ich tot bin. Du bist nicht tot. Aber ich bin gleich tot. Ich kann nicht wieder leben. Jaaa, das werden wir trotzdem lieber, wenn ich nicht sterbe. Ergibt Sinn, oder? Mh, ne. Nicht? Ergibt keinen Sinn? Nein. Wie kommst du denn da auf? Ich weiß nicht. Ich dachte. Ich heil mich auch mal eben. Jetzt komm ich auch dazu. So, jetzt dürfen wir uns weiter heilen. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Oh, ich will immer noch. Mhm. Mhm. Du sterbst aber. Ja, ja, mach nur mal Schaden. Ah, du hast wieder einen Diva-Fug? Ja. Ich bin gleich tot. Und bin tot. Und du bist auch tot. Ja, klar. Macht dir auch eh Schaden halbiert. Bei 2. Okay. Fail Nummer 2. Mein Gott, kann der nicht schneller fallen? Schlimm, ne? Ja. Wow. WTF? Seit wann geht das denn jetzt? Seit wann geht was? Dass man im Tod auf dem Mount weiten? Ich bin nicht tot. Ich wurde noch wiederbelebt. Du kamst eine Sekunde später. Fuck. Ja, aber du kannst einfach reinlaufen. Du bist ja auch wiederbelebt. Ich will schon sagen. Ich will jetzt nicht zurücklaufen. Kannst du gar nicht. Du kommst da ja nicht mehr hoch. Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut. WTF? Eine Kuh? War es eben. Ja. Lustiger wäre es, wenn du wirklich eine Kuh wärst. Oder? Boah. Etwas. Ähm. Buffma. Buffma? Ja, buffma. Buff. Nein, ich meinte uns. Pff. Das hast du nicht gesagt. Ich dachte jetzt buffen. Ja, buff. Buff. Buffma. Ne, das wäre Attack. Maler Welt ist was denn. Buff. Ich bin dort. Alter, wieviel Schaden das macht. Ist doch nicht normal. Er hat mir auch direkt die Damage rein, ne? Kann das sein? Ja, das ist ihr AOE. Das ist ja eine Kackfähigkeit. Kotzst mich an. Ups, falsche Wichtigkeit. Vor allem, diese dämliche Spalten hat sie bei mir die ganze Zeit nicht gemacht, als ich das mal im Hexer gemacht hatte. Lahai. Das ist schon echt arm. Ja. Wollen wir jetzt weiter aufnehmen und warten bis ihr gleich tot ist. Ja, von mir aus können wir ruhig weiter aufnehmen. So lange dürfte es ja noch nicht sein. Können wir danach den wenigsten Totes machen. Ja, kommen wir noch ein paar Milliarden Tode. Reisegestalt, Rian, Mondgestint. Ja, ja. Es kann ja nur besser werden, ne? Mhm. Immer diese Optimisten, ey. Kann doch nur besser werden. Ja, ja. Sterben ist ja die einzige Möglichkeit, die wir jetzt gerade haben. Ne, wir könnten sie auch töten, aber das wäre zu einfach. Ja. Ich sterbe lieber als nur betöten. Warning. Ich bin schon im Raum, ja. Ich bin gleich da, ganz ruhig. Ich weiß ja nicht, sonst hätte ich keine Zeit oder so. Du willst uns, ich soll ja uns selbst buffen. Da buffen. So. Haben wir drei Buffs, das ist doch gut. So. Dann würde ich sagen, stellen wir uns zusammen und machen so viel Schaden wie wir können. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Heil Berührung, heil Berührung, heil Tod. Mhm. Und jetzt bin ich gepfällt. Und du bist auch tot. Das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Nur so ein bisschen. Jetzt bin ich tot. Ja, wie gesagt, der Dot macht 35.000 Schaden. Oh, fuck. Fucky, fuck, fuck, fuck. Okay, bis dann. So, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben es dieses Mal so gemacht, dass... He-he, überlebt. Was ich tot bin. Ich hoffe, dass ich jetzt noch sterbe. Ähm, der Dodo hat angefangen. Ich habe Karma-Berührung gezündet. Touch of Karma. Sie hat sich selbst über die Hälfte weggebrutzelt. Ist dadurch gestorben an sich und, naja. He-heb. Na, was kann ein Selbstmord? Und den letzten Tick haben wir auch mit abgekriegt. Was heißt, wir müssen noch mal reinlaufen, Schlotpländern, und dann... Was ist das auch kaputt, wie voran die im Festung an? Na, na, echt, äh, tschüss, hasta luego, bye-bye. Na, mal wiedersehen. Ich werde laufen. Geht schneller. Ja, in 30 Sekunden muss ich noch warten. Das ist schlimm. Kann man nicht machen. Ja, dann schauen wir einfach mal, wie wir das Ganze jetzt machen. Und was schauen wir denn? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ja, gibt Sinn. Jo. Da, gucken wir mal. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas Tolles gedroppt ist, das wir brauchen. Würde mich wundern. Mich würde das wundern. Jetzt droppen wir Elite ans Waffen oder so? Ja, total. Total, das wird's sein. Oder Frostmauer ungefähr, die zehnfache größer und die zehnfache stärker. Oder halt scheiße. Das hatten wir doch schon vorher erwartet. Naja. Zum Beispiel. Denn, wie gesagt, ist das Gefängnis clear. Und... Jetzt machen wir den Schotten dicht und dann sind wir hier im Gefängnis. Jo. Auf geht's. Bis dahin. Tschau. Tschau.